Ich bin Tobias Beyer, ich bin bei der Firma Greenpack fürs Marketing und für das Business Development zuständig. Und wir haben einen mobilen Wechselakku entwickelt, der in ganz viele verschiedene Anwendungen einsetzbar ist. Und wir haben, wie man hier an der Seite sieht, eine Akku-Wechselstation entwickelt, die wir im öffentlichen Raum aufstellen. Und da kann man ganz einfach Leere gegen volle Akkus tauschen und hat sozusagen keine Ladezeit. Greenpack ist ein offenes System, das heißt an diesen Wechselstationen wird man nicht nur Greenpack-Akkus wechseln können, sondern in Zukunft auch Akkus von anderen Unternehmen, von anderen Anwendungen. Das heißt, dieser Sharing Point, dieser Akku-Automat wird ein Energie-Hub sein, wie eine Tankstelle. Das heißt, alle Mikromobilitätsanwendungen können da hinfahren, können den Akku schnell wechseln, dann mit neuer Energie weiter. Und das Besondere daran ist, dass wenn der Akku, der in dem Akku-Automaten drin ist, nicht für Mobilitätsanwendungen genutzt wird, dann ist das ja ein dezentraler virtueller Speicher. Das heißt, auch für die erneuerbaren Energien kann man diesen Speicher dann einsetzen und eine Lastverschiebung machen. Das heißt, mittags, wenn die Sonne scheint, niemand den Strom braucht, werden die Akkus geladen und abends kann ein Teil von dieser Kapazität zu Spitzenzeiten zurück ins Netz gespeichert werden. So ein Wechsel-Akkusystem, ein leistungsfähiger Akku, der schnell getauscht und geladen werden kann, ist ein Grundbaustein für die Mikromobilität. Mikromobilität ist alles, was, ich sag mal, kleiner ist als ein Auto, was uns auf der letzten Meile durch die Stadt bringt. Da bieten wir mit unserem einheitlichen Akku und den Wechselstationen die Möglichkeit, ganz schnell sich neue Energie zu holen. Also man muss nicht mehr das ganze Gerät zu Hause oder in der Garage drei Stunden lang an die Steckdose hängen, sondern man geht einfach an den Automaten, wechselt den Akku innerhalb von ein paar Sekunden und fährt weiter. Also keine Reichweitenangst mehr. Wir wollen was machen, was den Leuten Freude macht, was die Welt verbessert, was einen ganz, ganz großen Einfluss hat auf Umweltschutz, auf die Mobilität in unseren Städten, ja, auf die Energie und auf die Verkehrswende. Vielen Dank. Vielen Dank.